Hallo, heute habe ich ein Rezept für ein leckeres Dessert und zwar ein Chia-Pudding mit selbstgemachter Erdbeermarmelade. Die Basis wird ein Chia-Pudding sein. Zusammen mit Flüssigkeit quellen Chiasamen auf. Das dauert allerdings ein bisschen und deswegen am besten am Abend vorher vorbereiten und dann einfach über Nacht aufquellen lassen. Es macht ein gutes Dessert her, man kann es aber natürlich auch zum Frühstück essen. Bis zum nächsten Mal. Und dazu machen wir eine selbstgemachte Erdbeermarmelade. Marmelade ist nämlich super einfach herzustellen und dauert auch gar nicht so lange. Jetzt in diesem Falle sind es nur Erdbeeren, man kann aber natürlich schauen, welche Früchte hat man gerade da, welche mag man. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, noch ein bisschen Rhabarber mitzugenutzen. Muss eben nicht mit super viel Zucker, wir nehmen einfach ein bisschen Honig, was man auch mit Ahornsirup ersetzen kann. Und jetzt in diesem Falle sind wir auch noch ein bisschen, was man auch mitzugen, was man auch mitzugen, was man auch mitzugen, was man auch mitzugen. Und jetzt in diesem Falle sind wir auch noch ein bisschen, was man auch mitzugen. Und jetzt in diesem Falle sind wir auch noch ein bisschen, was man auch mitzugen, was man auch mitzugen, was man auch mitzugen, was man auch mitzugen.